ich war am letzten wochenende im wald bei einem freund im revier und dort war gerade der harvester durch und hat da so ziemlich die wege aufgewühlt und da war ich dann mit meinem zebra unterwegs und ja schaut doch einfach mal was daraus geworden ist übrigens meine helga ist fertig und da kommt demnächst die zusammenfassung des umbaus also wenn euch das interessiert dann schaut doch mal rein so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.